Einen wunderschönen guten Abend hier wieder nach Tabatz. Gespielt haben wir heute Tabatz gegen Schatjena. Schatjena gewonnen. 9 zu 4. 8 zu 8 habt ihr euch gewünscht heute. Habt ihr unsere Mannschaft nicht gegönnt? Richtig. Gutes Spiel trotzdem. Was sagst du dazu? Ja, wir hatten uns einiges vorgenommen. Wir hatten ein bisschen was gut zu machen aus dem Hutspiel, was wir zuhause klar verloren haben. Von daher haben wir uns vorgenommen, auf jeden Fall hier zu pumpen und sind natürlich froh, dass es geklappt hat. Sehr schön. Dominik, was sagst du zum Spiel? Ja, man kann eigentlich insgesamt für Jena gratulieren. Die waren heute zu jeder Zeit immer eine kleine Ecke besser als wir, auch in der entscheidenden Situation. Von daher geht das Sieg für Jena eigentlich vollkommen in Ordnung. Trotzdem haben wir alles gegeben. Da war halt einfach nicht mehr drinnen. Das stimmt wohl. Ich glaube, wir durften jetzt vor dem Spiel keinen Kaffee mehr trinken. Ich weiß nicht, ob ich was reingetragen habe oder nicht. Der war gut. Für euch war er gut, für unsere war er schlecht. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Euch auch, Jungs. Und wünsche euch noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Sagt euch eure Mutterschade. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.